Hey, Internet und YouTube, zurück bei T-Sanat und wir haben die erste Aufgabe, Zugbrückenscheinwerfer ausschalten, kein Problem. Gehen wir mal das hier raus aus den Aufgaben. Wir rüsten uns aus, gehen in den Schleichmodus und werden gleich entdeckt. Das wäre die... Okay, das ist nur zum Aufwärmen. Okay, alles gut. Now what? Now what? 115 Meter ist doch gleich um den Sekt, oder? Prügelst! Prügelst! Für diesen Tipp musst du leider sterben. Denn das ist ein ganz böser, böser Tipp. Aber das macht man nicht, mein Freund. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Na, jetzt kommst du her. Du, das geht so nicht. Was machst du? Oh mein Gott, der Piesel! Pieselmord in drei! Zwo! Zwo! Eins! Bis zu deren Aufgebung ist auf der Kordwindbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger! Derzeit ist auf der Kordwindbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Pieselmord gleich zu Beginn! Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Shut up! Das war ein Piesel, das war Rekord-Piesel-Tot! Steht hinten? Ja, hier hinten ist er, okay. Ich bin auf Teleportation. Oh, hallo. Number one. Hier ist einer und hier ist einer. Doch bald. Hier ist ja niemand mehr. Absolut niemand. Du verstehst, was ich meine. Du könntest ruhig eine Beute fallen lassen, ist ja echt ätzend. Toller Sau. Genießt du die Aussicht? Oh. Was zum Henker? Was soll denn das? Sofort! Upsi! Hier, kannst du noch besser die Aussicht genießen. Oh, warte, deine Augen fehlen. Oh, warte, hier. Sonst siehst du nichts. Okay, gut. Ups! Ups! Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Kornwindbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Der Zeit ist auf der Kornwindbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Aus dem Weg Oh, danke, danke Money, 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 gib mir das und gib mir das Gib mir das, gib mir das, gib mir das, das, das Gib mir das, gib mir das, 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 das Gib mir das, gib mir das Gib mir das, gib mir das, gib mir das, das, das Gib mir das, gib mir das, okay Wie? Gib mir den Schlüssel Ich weiß, dass ich Nachsicht habe. Für alle, die sich immer wieder fragen. Aber es macht mir Spaß, durchs Schlüssel zu linsen. Wohin gehe ich denn jetzt? Und was ist mein Ziel? Aber warte, hier ist hier nicht... 52 Meter. Money? Aha! Money? Ein Bauplan. Für den faulen Piero. Ups, falsche Taste. Warte. Blinkt es hier? Es blinkt hier. Ich bin so wie ein Rabe. Oh, geil, ich weiß sie. Hopp. Ups. Ach so, hier könnte ich... Warte mal, lass mich hier nochmal umsehen, überhaupt. Bevor ich hier links und rechts die Rätsel löse, wie ein Profi. Was ist das? Ich dreh's. Ich hab keine Ahnung, wo... Die Kette? Wozu? Gut, gedreht ist gedreht. Gut, gedreht, deshalb... Ich hab keine Ahnung, wozu. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre in Getrauchten... Yay, das ist Disneyland! Guter. Okay, wir wollen sich überfremden. Gute Nacht! Schlaf gut! Ich habe nicht jemanden getötet. YouTube. Das war wohl zu gierig. Ach, der ist weg. Das verlief jetzt alles nicht ganz nach Plan. Muss man sagen. Das verlief nicht nach Plan. Verdammt! Ich war jetzt zu gierig. Au, das tat weh. Der fiel hier ohnehin runter. Okay, weißt du was? Du kannst ruhig zu deinen Kameraden, mein Freund. Au! Vorher noch die Kante erwischt. Au! Ja, das war jetzt, äh... Okay. Oh mein Gott! Okay, du bist in den Zimmer. Verlief jetzt... Achtung Bürger und Besucher unserer Stadt. Nicht nach Plan, verdammt! Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgaben. Was heißt hier von der anderen Seite blockiert? Nein! Mach das Ding auf! Ach, kotzt du mich an! Ich komm hier auf die... Mhm. No! Ich komm hier nicht so... Ha! Ha! Schade! Okay, man... Na gut. Geh ich hier. First one! The money! Geh ich jetzt komplett anders? Naja, egal. So, was soll's? Was soll schon passieren? Au! Au! My friend! My friend! Komm nicht her! Komm nicht her! Au! 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 Achtung Bürger und Besucher unserer Stadt! Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein... Oh mein Gott! Auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt! Achtung an alle Bürger! Oh Gott! Sie knabbern sich auch an was anderem! Auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt! Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang! Schießt auf mich? Was ist denn? Der schießt mir eine Pistole auf den Atem! Ich glaub ich spinne! Bisschen überdimensioniert, mein Freund, oder nicht? Ekelhaft! Oh! Schabernack! Bisschen überrascht! Bisschen überrascht! Hast du mich Idiot genannt? Ich weiß nicht, er macht immer so einen großen Fehler. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Sicher, mein Freund. Ich kann dir eine Beförderung geben. In den Himmel. Ganz nach oben. In den Himmel, mein Freund. Ich weiß nicht, wozu er schaltet. Gut, aber wir benutzen. Ah, ich sehe Igna. Ah, okay. Hier ist er. Aber wie komme ich zum... Ups, ihr nicht runterfallen, bitte. Das wäre echt blöd. Dankeschön. Es war bezaubernd. Dankeschön. Dankeschön. Alright, eins von drei. Gut, gut, gut. That's the way I like it. 54 Meter Serun. Okay. Mehr ist hier nicht. Dann lass mich mal sehen, was du kannst, Knochen-Artefakt. Was ist das? Du kannst dich im Schleichmodus etwas schneller vorwärts bewegen. In seiner... Das interessiert mich, glaube ich, wenig, oder? Einst ein wenig. Das, glaube ich, tue ich weg. Und ich bin lieber der flinke Schatten. Denke ich jetzt mal. Natürlich ist das alles falsch. Ich weiß. 48 Meter, wie komme ich zu dir? 41 Meter. Mann, das ist doch gleich um zu sein. Ich komme hier aber nicht hin. Ich müsste hier... rauf, rüber. Irgendwie. Ne? War das jetzt nur für das Knochen-Artefakt-Dingens hier, dass ich hierher komme? Weil der andere ist. 31 Meter hier. Lass mich mal kurz die... Activations. No. Das war jetzt rein für das Artefakt, oder? Na, fuck. Artefakt. Ja, ist doch gut jetzt. Ich sehe gar nichts. Das hat kostet, mein Freund. Das hat gekostet. Es ging sich aus, obwohl ich das gar nicht wollte jetzt. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich abbrechen. 11 Meter über mir, das kann doch nicht... Ich komme nicht hin. Oh mein Gott. Na, das ist ja exzellent. Das sind wir alles überhaupt. So rein. Gar nichts. Hier habe ich doch alle... ...die sind alle Geschichten. Oder habt ihr euch wieder vermehrt? Ich denke nicht. Maybe I can... ...from the other side... Was ist hier? Ah, I see. Ach, das sieht alles noch gleich aus. Oder was? Oh mein Gott. Okay, definitiv, hier geht es nicht weiter. Wunder... ...wunderbar. ...te-te-minz. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu... ...hier'n Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Ja, hier ist eine Kette. Meine Güte, ich habe es nicht gesehen. Die Ausgangssperre sind bei Sonnenaufgaben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. F greifen und ich... Oh, hier ist eine Kette. Ich habe es nicht gesehen. Oh, tsch. Vielleicht wieso auch mein Geheimnis? Hm, eher nicht. Okay. Na komm hier rauf. Bitte, ich bitte dich. Sag ich, wieso komm ich hier nicht rauf, oder was? Könntest du hier rauf? Komm, aber das kann ja nicht sein, dass du hier nicht... Sag mal. Wieso komm ich hier nicht rauf? Wieso komm ich hier nicht rauf? Das ist doch Käsekuchen. Oh mein Gott. Na los. Jesus Christ, du. Kauber, ich sag's dir. Wenn du mich hier jetzt... Kauber, Kauber, Kauber. Du machst mich wahnsinnig. Du machst mich wahnsinnig. Greif die verdammte Kette, die ganz YouTube schon gesehen hat. F. Jesus Christ. Kauber. Du machst mich krank. Das ist ja... Jetzt werde ich langsam aber wütend. Kauber. Kauber. Geh hier rauf. Du Idiot. Dankeschön. Und jetzt nehmt diese verdammte... Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufgeben ist auf der Kordwienbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Kordwienbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Gib mir jetzt die verdammte Rune! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt komme ich auf die andere Seite. Meine Güte. Blödsinnige, blöde... Okay. Alles klar, das war total easy. Ich habe die erste Rune. Von wie viel? Ich habe es nicht gesehen. Wieder mal sein. Ich habe sie. Und damit kennt ihr mich alle am Popoleeeg. Gommio. Ich hatte hier ein Leg gerade. Das meinte ich. Okay, also für alle, die sich... Ja. Warum nicht? What's the difference jetzt? Bevor ich so gehe oder so gehe? I don't know. Was? Zwei Rune, gleich hier in der Nähe. F5 von der Wayne und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Solchen Opfer, die sind noch viel... ...